Willkommen zu Lost Ruins. Das Spiel wird wahrscheinlich... Aua. Alter. Also, was ich gesehen habe, ist, dass es richtig schwer ist, also... Ah! Ah! Da werde ich wahrscheinlich nicht so wie bei Isaac so... Da werde ich wahrscheinlich in der Weise richtig ausrasten. WTF? Warum hat der auf einmal so viel Schaden gemacht? Warum? Warum passiert sowas? Ja, ich bin tot, aber es ist egal, ich sehe nichts. Keine Ahnung, was man da machen soll. Aua. Was? Aua. Sehr gut. Sterb ich? Oh! Ich weiß noch nicht mehr, wo ich gewohnt habe oder wie ihr Essen geschmeckt habt. Ich kann mich nicht mehr... Alzheimer. Das ist einfach... Alzheimer, das Spiel. Das kann ich essen, oder wie? Smells terrible. Get fucked. Das muss man erst mal rausfinden. Aua. Was zum Fick bist du? Muss ich hier drüber springen, oder? Boah. Was ist das denn? Er ist explodiert, woher soll ich sowas wissen? Get fucked. Wer bist denn du? Ah, sie greift mich an. Er ist ein Schleimmonster. Oh Gott. Aua. Elf Schaden. Bist du wahnsinnig? Nimm, 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 nimm. Ah, you have virus? Warum explodiert alles? Hallo? Haben alle Sprengstoff geschluckt? Die sind wirklich vom IS. Nein! Mach doch jetzt. Hallo, bleib hier. Cheese. Wer bist du? Racist? Was? Ach, resist. Racist? Poisonbotte, alles klar. Was machst du? Oh Gott. Ah, springen. Aua. Alter! Die ist gefährlich. Ah, Lenkrakete. Okay, cool. Jetzt habe ich aber keine Magie mehr. Nein! Cool, ich bleib jetzt hier, regenerier mich und dann gehe ich weiter. Keine Ahnung, wie man das sonst machen soll. Aua. Sehr gut. Sterbe ich? Oh! Das war mein Glückheitsverstand. Gibt es Feinde, die mehr als zwölf Schaden machen? Frage für einen Freund. Oh Gott. Aua. Okay, das hat funktioniert. Okay, ich bin tot. Stirb. Ist mein Spiel abgestützt? Oh mein Gott. Das Spiel läuft noch, aber ich habe ein Freeze-Frame. Hallo? Spiel? Oh mein Gott, ich hasse euch. Ah! Also, ich hoffe, du hast eine zweite Phase. Echt nicht? Doch, okay. Oh Gott. Ich habe Angst vor dir. Kann ich dich einfrieren? Ice Shot. Mein Discord ist gerade... Ist mein Spiel gecrashed? Mein Spiel ist gecrashed. Alter, okay. Ernsthaft? Cool. Ab und zu kann man nach dem Eisangriff rein und ab und zu nicht. Ich möchte sie auf jeden Fall töten, weil sie eine Bitch ist. Und mein Spiel ist gecrashed. Ah ne, ich habe nur wieder ein Freeze-Frame. Warum? Warum passiert sowas? Ja, ich bin tot, aber es ist egal. Ich sehe nichts. Aua. Was? Was? Was ich total uncool finde, ist, dass manche Feinde Berührungsschaden machen und manche nicht. Das finde ich richtig weird. Das verwirrt mich. Ah, sie beschwört immer noch Viecher. Okay. Das trifft mich einfach. Okay, das trifft mich anscheinend auch einfach. Macht Magie bei der mehr Schaden? Ja, Mann. Ja, Mann. Du little fucking dickhead, find out where it is, yeah? Komm, Birmingham! Hey. Ja, ich glaube, das reicht mir für heute. Ich bin morgen weiter. Ich bin ja ziemlich weit gekommen eigentlich. Ciao! Ich bin ja ziemlich weit gekommen. 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 Vielen Dank.